Ah, okay, jetzt haben die aber weniger an der AF gefühlt. Ich nicht. Ach, ich habe gar kein Auto-Loot drin. Oh, nervig. Oh, nervig. Oh, nervig. Ich brauche einen Target. Ich habe keinen Target. Oh, nervig. Okay, Rath is a nightcaller. Ich glaube, den muss ich jetzt hinterher irgendwie. Ist ja nicht grad hier... Ach, hier wollte ich noch gar nicht. Ich mache erst die Quester fertig und brech die Mane. Ich glaube, die brauche ich gar nicht. Das ist ja nicht. Das ist ein. Okay. Okay, das war schon mal gut. I need to target something first. Search the Windrunner for clues. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Zoom. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Ich bin mal gespannt, was da kommt. 7 von 10. Wind. I'm out of range. I'm out of range. I'm out of range. It's too far away. So, jetzt können wir abgeben. Den brauche ich nämlich nicht mehr. Was wird den hier? Da brauche ich auch nix von. Oh, gut. A new target. Was gibt's denn jetzt, Crit Mastery, oh, das ist gut. Das ist doch mal richtig nett. Kann ich gebrauchen. Search the Windrunner for clues, Alliance Slay. Das machen wir später. Wobei. Wo geht's denn jetzt hin? Das war glaube ich zu früh. Und du bist. Was jetzt? Wie kommst du? Okay, was sollte das jetzt? Wir hätten mal zurück, ich glaub das ist sinnvoller Was jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 Kaboom! Okay... Das ist jetzt hier gerade so ein bisschen langweilig, nur Menschen töten... Krass, wie lange denn die hin? Okay... Okay... Das war nicht 10 hier vorne... Ach Gott, warum kommt denn der Rabi jetzt schon jetzt? Der macht richtig schön! Okay... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wow, jetzt kriege ich aber Es waren jetzt ein paar Hotstreaks hintereinander Krass eine Sache Ok, jetzt habe ich hier noch Captain Tethysail Den soll ich finden Und immer 6 von den Viechern Ja 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 Das ist doch doch Ja 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 Noch 3 Ja Läuft so langsam Kann man nicht meckern Und Er Wenn dann So... That's her friend. They're looking for Sylvanas? Okay. That's one of her's, alright. Make it quick. Get moving. For the dark lady. Haste mastery? Oh yeah, crit haste. Make yourself useful. I don't know. I don't know. ach den brauch ich glaube ich was ist denn jetzt gerade? gut hab ich soo wohin jetzt? zurück bis jetzt spielt sich das sehr rund was hab ich denn eigentlich für so'n transmog gear hab ich denn was Nichts besonderes Was ist das, Amy? Yay, sie hat 5 691 Item Level, geht doch Die Person wird nicht gewinnen, was du denkst. Aber es wird dich starten. Find mich nahe der Agramar-Slot, und ich werde deine Kraft auf den Rest legen. Okay. Wie du sagst. Hier ist jetzt ein Bonus-Event. 200 Order-Resources und 4 XP. Was ich für mich? Was ich für mich? Die Welt vor dir hält nicht Gold, sondern Wisdom. Was genau soll ich jetzt machen? Das habe ich einmal nicht aufgepasst. Ich habe einen Moment, ich habe einen Moment, ich habe einen Moment. Ah, geht ja doch! Gut, so jetzt noch den einen, ja. Was ist denn das? Ach, hier. Wunderbar. 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 Gut. Ich weiß gar nicht, ob ich den töten muss. Ich denke mal schon. Ah ja. Genau, hier war Spons again. Oh. Jetzt hab ich schon 14 Staub... äh Stoff. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es liegt mit der Krug. Aber noch die Krug. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich dasplanen kann. 14% Ich muss mich näher kommen. Wir sind die Schmerz unter dem Mountain. 3 von 7 4 von 7 4 von 7 5 6 7 7 8 9 10 12 16 11 12 12 12 13 14 15 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 16 16 16 16 17 18 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja doch, so langsam gefällt mir das. So langsam krittet man doch gut. Ja doch, so langsam krittet man doch, so langsam krittet man doch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt soll ich noch den besiegen und den besiegen und dann nebenbei noch das Bonus Event machen Mal gucken, was ist denn der Typ überhaupt? Hier soll einer sein Ah, das war jetzt doof Scheiße, was denn jetzt denn alles? Jetzt leckt es irgendwie Ja, das ist irgendwie Warum leckt das denn jetzt so? Intens geht jetzt hoch Ja genau Ist klar, müsst ihr mich jetzt angreifen Ich habe keinen Schmerz Ich habe keinen Schmerz Ja genau Wieso ruckelt es jetzt so? Ich brauche einen Schmerz Ich brauche einen Schmerz Ich brauche eine Schmerz Ich brauche einen Schmerz Ich brauche einen Schmerz Entschuldigung Ich brauche ein Schmerz Ja genau So jetzt machen wir den dritten noch, wo auch immer der Typ jetzt ist. Da hinten. Oh, jetzt glaube ich gerade umgebracht worden. Nee. Der jetzt wiederkommt. Hä? Ich hab den doch gar nicht getötet. Okay. 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 Das ist sehr cool. Das haben wir echt gut gemacht. Okay. 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 Was gibt's denn jetzt? Oh ne nette Heizkette. Und nicht so tollen Ringen.